Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast zum Thema der Autismus Spektrum Störung von und mit Timo Warnholz. Wir starten sofort ins Thema. Schön, dass ihr da seid. Ja, und das wollen wir natürlich sofort tun wie gewohnt. Und heute ist ein besonderer Tag, denn wir schließen heute eine Reihe ab. Und zwar werden wir uns heute das letzte Mal für etwas längere Zeit mit der Wahrnehmungsverarbeitung und vor allen Dingen mit den Besonderheiten in der Wahrnehmungsverarbeitung beschäftigen. Und als Letzte steht hier auf meinem Zettel das Thema Tiefenwahrnehmung. Und ja, die Tiefenwahrnehmung, das ist durchaus so eine Begrifflichkeit. Da können sich jetzt erst mal die meisten Menschen nicht so viel darunter vorstellen. Und deswegen gebe ich euch mal eine kleine Definition dazu. Die Tiefenwahrnehmung, auch als Tiefenempfindung bekannt, bezieht sich auf die Fähigkeit des Menschen, die räumliche Dimension und die Entfernung zu Objekten in seiner Umgebung zu erfassen. Sie ermöglicht es uns zum Beispiel, die Position von Objekten im Raum zu verstehen, Abstände einzuschätzen und uns sicher durch unsere Umwelt zu bewegen. Tiefenwahrnehmung spielt eine entscheidende Rolle in der räumlichen Orientierung und der Fähigkeit, körperliche Aktivitäten zu planen und auszuführen. Dieser Aspekt der sensorischen Wahrnehmung ermöglicht es uns, die Welt dreidimensional zu erleben. Ja, also dafür, dass viele Menschen das noch nicht so gehört haben, behaupte ich jetzt einfach mal, ist das schon eine ziemlich wichtige Geschichte. Und ja, wenn ihr euch die Definition so anhört, habt ihr vielleicht schon eine Idee davon, dass es hier durchaus auch ziemlich komplex sein kann im Alltag, wenn man in diesen Wahrnehmungsapparaten besondere Wahrnehmungsbesonderheiten aufweist. Und wie immer betrachten wir das Thema einmal von der überempfindlichen Seite und dann natürlich auch von der unterempfindlichen Seite. Und wir starten wie immer mit der Überempfindlichkeit in der Wahrnehmungsverarbeitung. Und ein Zeichen für Menschen, die hier in diesem Bereich besonders überempfindlich sind, ist die Vermeidung von Tiefen und Höhen. Das bedeutet, dass Menschen mit Autismus hier zum Beispiel sich in Situationen, in denen es um bestimmte Tiefen oder Höhen geht, sich nicht besonders wohlfühlen. Zum Beispiel könnten sie Schwierigkeiten dabei haben, Treppen zu steigen oder auf erhöhten Plattformen zu stehen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Leitern oder auch für weitere Erhöhungen. Also hier geht es darum, dass Höhe und das Verhältnis zur Tiefe erstmal so ein bisschen Unbehagen auslöst und die Wahrnehmung das nicht so gut einordnen kann, dass hier so ein Sicherheitsgefühl entsteht. Und das Gleiche gilt auch für unebene Oberflächen. Das heißt, wenn so Flächen, also verschiedene Niveaus haben, Höhen- und Tiefenmäßig seitlich irgendwie vielleicht ein bisschen abdriften oder so, dann kann das hier auf bestimmten Böden, Oberflächen schnell dazu führen, dass Menschen sich mit Besonderheiten in diesem Bereich, also besonders mit Überempfindlichkeiten, etwas unwohl fühlen und nicht so genau einschätzen können, wie sie jetzt so hier laufen können. Und das sind manchmal so absolute Kleinigkeiten schon. Zum Beispiel, wenn so Kieswege oder Steinwege so verschiedene Oberflächen und Höhen haben, wenn zum Beispiel die Steine unterschiedlich groß sind und man immer so mit so einem Seitwärtsfuß überall rauftritt, weil alles nicht so begradigt ist und das Gleiche kann aber auch auf ganz weichen Untergründen und Flächen passieren, nämlich zum Beispiel auf Rasen. Auch der ist ja in den meisten Gärten nicht so hundertprozentig gerade und ordentlich und auf dem gleichen Höhen- oder Tiefenniveau. Dafür sorgen ja auch schon die Maulwürfel, dass das in der Regel nicht der Fall ist. Und auch visuell spielt das hier, wie ähnlich auch übrigens ja im vestibulären Bereich, da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, auch eine spezielle Rolle. Und hier ist es so, dass so bestimmte Tiefeneffekte zum Beispiel sehr schwer in der Intensität rüberkommen und das betrifft zum Beispiel so Dinge wie sehr starke Kontraste, aber auch 3D-Filme. Hier kann es sein, dass einfach in der Wahrnehmung überhaupt nicht klar ist, werde ich gleich hier getroffen oder nicht getroffen, wie gefährdet bin ich hier? In der Regel ja meistens gar nicht, denn dafür ist ja der 3D-Effekt da. Also, dass wir das Gefühl haben, dass wir hier bestimmte Tiefen oder Höhen einfach ein bisschen realistischer wahrnehmen. Aber wenn wir das intensiver verarbeiten, dann kann es natürlich sein, dass uns das auch relativ schnell ganz starke Angst machen kann. Und ja, ein wichtiger Punkt ist auch der Punkt der räumlichen Orientierung. Also mit tiefen Wahrnehmungsüberempfindlichkeiten könnten Menschen Schwierigkeiten haben bei der räumlichen Orientierung und der Einschätzung von Entfernung zum Beispiel. Dies könnte sich in Sicherheit bei Navigieren im Umfeld manifestieren. Das bedeutet, die Menschen könnten zum Beispiel, ein ganz klares Beispiel, das ich sehr oft beobachte, größeren Abstand zu bestimmten Möbelstücken oder Menschen halten, weil sie nicht genau wahrnehmen können, ob sie diese gleich umrennen oder dagegen stoßen. Und das Gleiche gilt auch für Bewegungsabläufe. Also hier sind überempfindliche Menschen oft so in der Schwierigkeit, schnelle und unvorhersehbare Bewegungen zu tolerieren. Also wenn ich mich so ganz schnell bewege, kann das sein, dass die Menschen total irritiert sind, zusammenzucken und da vielleicht auch Ängste entwickeln. Und das ist was, was durchaus ja auch eine größere Rolle spielen könnte in Karussells und Fahrgeschäften. Aber natürlich auch beim Autofahren. Ja, was können wir hier machen? Also wir müssen sensibel reagieren. Das ist ganz wichtig, wie so oft in den Überempfindlichkeiten. Und immer damit rechnen, dass vielleicht schon kleine Höhen oder vielleicht nur ein Stein, der an der falschen Stelle liegt, ein ganz großes Unbehagen bei Kindern, aber natürlich auch bei Erwachsenen auslösen kann. Und deswegen muss man da einfach auch ein bisschen ein Gefühl für entwickeln und natürlich auch tolerant sein. Denn für mich ist zum Beispiel eine Treppenstufe nichts Besonderes. Da bin ich relativ entspannt. Aber wenn ich hier überempfindlich wäre, dann könnte es sein, dass die mich schon vollkommen aus dem Gleichgewicht bringt oder mir ganz starke Angst macht. So, und jetzt wechseln wir natürlich auch die Seite. Und da sind wir in der Unterempfindlichkeit. Und wie immer bringt die Unterempfindlichkeit ja ein sogenanntes Risikopotenzial mit. Das heißt, hier sorgt diese Unterempfindlichkeit zum Beispiel auch wieder dafür, dass bestimmte Gefahrenpotenziale nicht richtig eingeschätzt werden können. Und das ist hier auch ein Thema von Höhe zum Beispiel. Es kann sein, dass die Tiefenwahrnehmung hier so gestört ist und deswegen Menschen überhaupt keine Angst haben, sich in hohen, großen Höhlen zu bewegen. Zum Beispiel so Sachen wie eine Tendenz entwickeln, gerne auf Brücken zu sein oder sich im Hochseilgarten zum Klettern bewegen oder grundsätzlich zum Klettern. Und hier hat man immer das Gefühl irgendwie, jetzt müsste langsam mal eine gesunde Angst eintreten, um die Menschen davon abzuhalten, dass sie auch irgendwo runterfallen oder sich wirklich in ernsthafte Gefahr begeben. Und das ist hier nicht der Fall, denn die meisten Menschen, die hier unterempfindlich sind, die fühlen sich in hohen Höhen ziemlich wohl und haben nicht die Empfindung von Angst. Und das kann natürlich dazu führen, dass hier wieder große Gefahr entstehen kann. Genau, auch eine Unempfindlichkeit gegenüber schnellen Bewegungen, das hatten wir eben. Also genau andersrum als bei den überempfindlichen Menschen kann hier eine Rolle spielen. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass Menschen schnelle Fahrgeschäfte oder Aktivitäten wieder auch besonders gut finden und das bevorzugen, weil sie einfach so ein bisschen mehr Wahrnehmungsdruck brauchen, um überhaupt diese Bewegungsprozesse mit ihrer tiefen Wahrnehmung zu spüren. Auch, also hier in 3D-Filmen zum Beispiel, die geringe Empfindlichkeit gegenüber visuellen Tiefeneffekten. Das heißt, autistische Menschen können weniger empfindlich auf visuelle Tiefeneffekte reagieren, die zum Beispiel durch 3D-Filme oder durch starke visuelle Kontraste entstehen. Und hier sind die 3D-Filme, wenn da richtig viel los ist, meistens sogar sehr angenehm für die Menschen, die hier als untersensibel deklariert sind. Und auch bei den Oberflächen ist es so, dass hier keine Irritation entsteht, sodass die Menschen vielleicht gerade da laufen, wo es ein bisschen uneben ist, weil sie das dann ein bisschen besser wahrnehmen und da eigentlich draufstehen, wenn man mal ein bisschen höher geht oder ein bisschen tiefer oder wenn man was so seitlich absackt oder so. Das finden die eigentlich ganz gut. Ja, und das kann jetzt dazu führen, dass natürlich die Menschen dann so auch mal an so einem Hang langlaufen oder so. Auch wieder gerade bei Kindern natürlich ein größeres Risiko. Und auch vor räumlichen Herausforderungen gibt es ein mangelndes Angstempfinden oder ein Bezug auf diese. Hier könnten Personen zum Beispiel kein Problem damit haben, in engen Räumen sich aufzuhalten oder vielleicht auch in so ganz dünnen Passagen, wo man irgendwie schon die Wände berührt, wenn man da durchgeht. Das ist für viele Menschen überhaupt kein Problem, wenn sie in diesem Bereich unterwegs sind. So, und was sind jetzt besondere Kennzeichnungen, die man auch so wahrnimmt? Insbesondere bei Kindern, die hier untermfindlich sind, fällt mir oft auf, dass die so Zeichen haben, wie dass die an der Türzarge festhängen, wenn sie rausgehen, immer gegen Gegenstände stoßen, gegen Tische laufen, gegen Stuhlbeine und natürlich auch regelmäßig zum Beispiel andere Kinder umrennen, weil sie gar nicht wahrnehmen können, dass die viel näher dran sind, als sie das aus ihrer Wahrnehmung heraus jetzt gespürt hätten. Also, hier wieder die kleine Gefahr auch, dass das als unangemessenes, in Anführungsstrichen, Verhalten gedeutet wird, wenn die Kinder ständig jemanden anrempeln oder Möbelstücke umschmeißen oder gegen die Tür rennen. Das hängt damit zusammen, dass sie eigentlich davon ausgegangen sind, dass das alles noch viel weiter entfernt ist. Also, als Fazit könnte man nochmal sagen, bei übersensiblen Menschen immer darauf achten, dass man die nicht überfordert, also auch daran denken, dass die schon bei geringen Höhen, also schon, wenn sie alleine auf einer Treppenstufe oder so stehen, ein ganz großes Gefühl von Unbehagen und Kontrollverlust spüren und deswegen immer so ein bisschen reinfühlen und das auch anerkennen. Und bei Menschen mit Unterempfindlichkeiten, wie immer, Gefahrenpotenziale zurückschrauben, darauf hinweisen, dass Dinge gefährlich sind, auch wenn sie sich nicht so anfühlen und es nicht übel nehmen, wenn Menschen vielleicht hin und wieder mal bei euch gegen den Schrank laufen oder gegen eure Schultern oder euren Hund umrennen oder so, das ist meistens keine Absicht. So, und mit diesem Gedanken lasse ich euch jetzt mal allein. So, und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.